Herr Nahnsen, ich freue mich, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen und dass Sie uns etwas erzählen wollen aus Ihrer Zeit hier in Emshorn Ende der 40er Jahre. Sie sind jetzt 97 Jahre alt. Das ist schon etwas Besonderes, würde ich sagen. Und ich würde sagen, fangen Sie an zu erzählen. Vielleicht beginnen Sie mit der Zeit, wo Sie hier in Emshorn angekommen sind, Ende der 40er Jahre. Sie haben das Wort. Ja, ich bin groß geworden in Nordfriesland und als Junglehrer auch in Nordfriesland angefangen. Ich habe also alles durchgemacht in den Kögen als Junglehrer. Erst eine einklassige Schule, zweiklassige Volksschule, vierklassige Volksschule, alles innerhalb von zwei Jahren. Und dann kam der Moment, wo eben die die Landesregierung mal das tun musste oder wollte, was man ihnen erlaubt hatte. Man war ja Landesbeamter und hat unterschreiben müssen, dass man als Landesbeamter überall hin versetzt werden kann, wo man gebraucht wird. Und so bekam ich plötzlich eine Versetzung nach Emshorn. Mein erster Gedanke, wo ist Emshorn? Ich habe es dann auf der Karte gefunden. Und nun der zweite Gedanke, es war ja 1949, wie komme ich da hin? Also mit dem Zug. Andere Möglichkeit gab es nicht. Normaler Zug. Fahrkarte gebucht bis Emshorn. Oder lande ich hier in Emshorn auf dem Bahnhof. Mein größter Schreck dann, den Ort kennenzulernen. Der Bahnhof ausgebombt. Kaum ein Schalter, der benutzbar war. Die Stadt, soweit ich sehen konnte, ausgebombt. Dann hatte ich die Mitteilung bekommen, sie melden sich umgehend in Emshorn Rathaus, Schulamt der Stadt. Wo ist das Schulamt? Ja, wurde mir dann erklärt. Und so musste ich dann über das jetzige Probstenfeld, das war damals ein Waldgebiet, denn ausgebombt war das damalige Hotel. Es war gar nichts da. Das Einzige, was stehen geblieben war, war die Meierei in der Schulstraße. Die gab es noch. Und daneben war ein kleines, bewohntes, normales Gebäude. Und da sollte das Rathaus dann sein. Und da habe ich den auch gefunden und nach dem Schulamt gefragt. Ja, Schulamt war da. Habe ich gefunden. War ein einziges Zimmer und darin saßen zwei Männer. Und die haben mich dann begrüßt. Ich habe meine Papiere vorgelegt. Ach so, Sie wollen also, dass Sie müssen zur Probstenfeldschule. Ja. Ich sage, wo ist denn die? Ja, die ist hier und ein paar Häuser weiter links. Das werden Sie finden. Ja, sage ich, und wo ist denn jetzt, wo kriege ich eine Wohnung? Wo kann ich wohnen? Ja, da müssen Sie zum Wohnungsamt. Die Wohnungen sind ja alle bewirtschaftet bei uns. Ja, ist gut. Gehe ich zum Wohnungsamt. Ich wurde also registriert dort im Schulamt, ging dann zum Wohnungsamt. Wohnungsamt? Ja. Sie wollen also hier in Elmshorn anfangen? Nee, ich sage, ich will nicht. Ich muss. Ja. Für Sie haben wir vorgesehen ein Zimmer in der Volksschule, früheren Volksschule Heinholz. Ich sage, wo ist denn Heinholz? Ja, das ist ein Vorort hier von Elmshorn. Und wie komme ich da hin? Ja, da müssen Sie gehen. Gut, ich also mit meinem Gepäck los zu der Schule. Da hat man mir gesagt, ich bekäme dort ein Zimmer. Dann bin ich in die Schule hinein, Schlüssel hatte ich bekommen und dann fand ich einen Raum, das war das frühere Kartenzimmer der Schule. In dem Raum stand ein Bett, ein Schrank, nichts zum Waschen, gar nichts. Zum Waschen fand ich ein Waschbecken im Flur der Schule und wenn ich weiter mich waschen wollte, könnte ich eine Tal nach oben gehen. Da wohnte eine Kollegin, die würde mir bei Bedarf ein Waschbecken zur Verfügung stellen. Und wo kann ich mich nun mal ein bisschen gründlicher waschen? Ja, das wissen wir auch nicht. Später, das ging also eine ganze Zeit dort, es wurde nebenbei in dem Zimmer, wo er sich beziehen sollte, ein zweiter Kollege noch, den man hier in Elmshorn sehr gut kennengelernt hat. Der war ein Arme, war Levi. Es gibt heute die Levi-Schule. Levi war damals mein Zimmernachbar, dort in Heinholz, in dem Zweibettzimmer. Und Levi habe ich bis zu seinem Tod natürlich sehr oft besucht und wir haben gute Kontakte miteinander gehabt. Später konnte man dann hier in Elmshorn, das ist unvorstellbar, was es da gab, konnte man zum Duschen einmal in der Woche in die Badeanstalt fahren. Da war eine Reihe von Duschkabinen entstanden. Da konnte man für 50 Pfennig dann einmal warm duschen. Die Zeit wurde vorgeschrieben, maximal 10 Minuten. Da musste man die Kabine wieder verlassen und nach Hause fahren. Gott sei Dank hatte ich hier ein Fahrrad bekommen von einem Kollegen, der sagte, von mir können Sie ein Fahrrad leihen, solange Sie möchten. Denn nach Heinholz war es immerhin eine halbe Stunde zu Fuß. Es war ja gar nichts in Heinholz. Heinholz war damals ein nackter Vorort von Elmshorn. Ja, und dann ging es weiter. Und jetzt müssten Sie sich an Ihren Schulleiter wenden. Ja gut, ich also zur Schule, guck mir die Schule an von außen. Oh Gott, rundherum alles ausgebombt. Die Schule ohne Dachgeschoss. Man hatte oben, oberhalb des zweiten Stockes, hatte man eine Betondecke eingezogen und damit die Schule benutzt werden konnte. Ging auch. Ich bin dann also in die Schule hinein. Nun musste ich ja zum Schulleiter. Fand ich auch das Rektorzimmer damals. Und da kam mir dann entgegen eine groß gewachsene Dame. Also, die waren kopfgrößer als ich. Oh, habe ich gedacht, was für das die Schulleiterin ist, das kann ja gut werden. Die war aber sehr freundlich, hat mich ganz freundlich begrüßt. Kommen Sie rein und herzlich willkommen. Ich habe schon Ihre Papiere hier liegen. Es kann gleich losgehen. Ich sage, was heißt gleich? Ja, Sie können morgen früh anfangen. Oh, sagte ich. Ich wohne ja hier noch gar nicht. Na gut, jetzt sagen wir übermorgen. Dann hat sie mir zugeteilt, eine... Ach so, die Schule war voll ausgebaut. Das heißt, das war die erste Schule, die ich kennenlernte, mit acht Klassen. Jede Klasse hatte ihren Raum. Die Schule hatte nämlich zehn Klassenräume. Und dann kriegte ich die fünfte Klasse zugeteilt. Eine erste Klasse, also die eingeschult werden. Und ich weiß nicht, was noch. Und dann wurde ich gefragt, welche Fächer ich gerne unterrichten wollte. Nun hatte ich, Gott sei Dank, während meiner Ausbildung, nach dem Krieg, da haben wir eine Zusatzausbildung gemacht, habe ich möglichst viele Fächer belegt. Also Lehrbefähigungen für viele Fächer, ich hatte also Lehrbefähigungen für Musik erworben, Lehrbefähigungen für Religion erworben. Und ich konnte also im Grunde alles unterrichten. Und da hat die Schulleiterin sich unheimlich gefreut. Da kann ich sicher überall hinsetzen. Ja gut, ging auch. Die Mädchenschule, Profsenfeld. Achso, dann wurden die Kollegen einbestellt und zu einer kleinen Konferenz, wo ich dann vorgestellt wurde. Und da habe ich, Klaus, gedacht, wo bist du hier gelandet? Alle Kollegen, aber wirklich alle, etwa doppelt so, mindestens doppelt so alt wie ich. Ich war damals 24 und die Kollegen waren in der Regel 50, 60, 65. Einige waren noch in Kriegszeiten wieder aus der Pension herausgeholt worden und eingesetzt worden, damit die Schule überhaupt stattfinden konnte. Da sitze ich also als Knabe zwischen all den alten Paukern. Aber die waren sehr nett zu mir. Die haben mich nett aufgenommen und ich war also im Grunde ganz zufrieden. Mit der Schule war das eine Umstellung. Ich hatte ja erst sonst immer mehrere Jahrgänge in einer Klasse gehabt. Und nun war das nur eine Klasse. Aber es war im Grunde ja leichter. Man brauchte sie nur vorzubereiten auf eine einzige Klasse. Und ich hatte unter anderem ja die fünfte Klasse. Und ich hatte Physik, also Naturlehre hieß das damals, in der achten Klasse. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, was es heißt, in einer Mädchenschule zu unterrichten. Das ging also los, da kommt jemand, der ist ja jung. Das ist ja was für uns ungefähr, die Mädchen. Doch nicht die alten Paukerte alle. Man wurde also an der Mädchenschule, besonders mit den Älteren, ab Klasse 5, 6, 7, wurde man angehimmelt im Grunde und musste sehr vorsichtig sein. Das war nicht so kritisch wie heute. Aber man musste vorsichtig sein, doch den Mädchen nicht irgendwie zu nahe zu kommen. Denn die suchten Kontakte. Es war so, die kleinen, besonders die kleinen Mädchen, die kamen in der Pause und wollten unbedingt an die Hand genommen werden. Ich musste also in der Pause auf den Schulhof auf und ab gehen, mit je einem Mädchen an der Hand, weil die strengen sich darum, wer soll denn die Nasen anfassen. Wir hatten einen sehr guten Schul-, na wie der heißt der, Hausmeister, Hausmeister, Pohndorf. Herr Pohndorf teilte einmal, es gab ja dieses Notessen für die Schüler, das teilte er aus. Und dann ging Herr Pohndorf ebenfalls über den Schulhof. Und auch Herr Pohndorf war so beliebt, der hatte mindestens immer drei Mädchen an jeder Hand, wenn er den Schulhof auf und ab ging. Es war also ein sehr, sehr, sehr nettes, ein sehr netter Einstieg. Es war ein nettes Leben dort. Man kam mit den Schülerinnen besten zurecht. Und wichtig war für meine Begriffe heute, man kam mit den Eltern gut zurecht. Ich habe nie Probleme gehabt mit den Eltern. Die Eltern waren sehr zufrieden eigentlich mit, ich habe nie was Schlechtes gehört. Im Gegenteil, es kam eine Mutter und sagte, sagen Sie bloß mal, was machen Sie mit meiner Tochter? Ich sage, gar nichts. Doch, ich kann mit der gar nicht vernünftig reden. Wenn ich was will von der, sagt sie, ja Mutter, du hast ja recht, aber Herr Nahrsdorf hat das anders gesagt. Wie viele Schülerinnen waren in einer Klasse? Ach so, ja. Im Durchschnitt waren die Schüler, 40 Schüler in einer Klasse, kein Problem. Meine größte Klasse habe ich in Nordfriesland gehabt, war mit 60 Schülern. Auch das war damals kein Problem. Da hat man gar keinen Kinderhader draus gemacht, dass das funktionierte. Auch die 40 Schüler, kein Problem mit denen. Ich hatte eine Besichtigung durch den Schulrat und die Schulleiterin, und zwar die Vorbesichtigung für das zweite Stagsexamen. Sitzen die Herrschaften hinten, beobachten mich. Die Klasse wusste Bescheid, dass das eine Besichtigung war. Es war eine dritte oder vierte Klasse, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich mich gut vorbereitet, mache die Einführung in die Stunde, es war eine Deutschstunde. Funktioniert. Schüler sind ganz aufmerksam. Die wussten ja auch, wir müssen nett sein zu Herrn Nahrsdorf. Plötzlich brummt draußen laut ein Flugzeug vorbei. Irgend so ein Jagdflieger oder was auch immer. Eine Schülerin springt auf und guckt zum Fenster raus und sagt, oh, guck mal da, ein Jagdflieger. Die ganze Klasse steht auf und rennt zum Fenster. Und alle gucken raus und sehen die Kondensreifen. Oh, guck mal da, die Kondensreifen. Und hinten, die Kontrolleure grinsen nur, so ungefähr, was wir da jetzt wohl machen. Naja, ich bin also dazugegangen, habe gesagt, guckt euch das genau an aus dem Fenster. Und habe denen dann gesagt, so, das sind die Kondensreifen, die kommen von den Flugzeugen. Habt ihr nur genug gesehen, dann könnt ihr euch wieder hinsetzen. Und das taten die brav, setzten sich alle auf ihren Platz. So, habe ich gesagt, und wie weit waren wir gekommen? Ja, so und so. Und da haben wir da weiter gemacht, sodass die Stunde, Gott sei Dank, gut verlaufen ist. Ja, und so ging, ja, schon mit den großen Schülern, die Schülerinnen, muss ich natürlich sagen, habe ich auch noch Theater eingeübt. Denn die waren, die alten Pauker, Entschuldigung, die Kollegen, die alten Pauker hatten natürlich keine Lust mehr. Die haben mich da mal gefragt, würden Sie mit uns mal Nachmittagstheater einüben? Ich sage, natürlich komme ich nachmittags, dann mache ich mal Theater. Und das habe ich dann mit den großen Schülerinnen gemacht. Die wissen das heute noch, ich habe bis vor Corona immer noch ein Klassentreffen gehabt, alle zwei Jahre mit den ehemaligen Schülern von 1954. Das ist ja toll. Ja. Noch eine Frage, Sie haben ja erzählt, dass da hauptsächlich Lehrer waren. Lehrerinnen waren Mangelware, also weibliche. Ja, wir hatten an der Schule, ich glaube damals zwei Damen. Ja. Zwei Damen, alles andere waren Männer. Ältere Männer schon. Ja. Ja, ja. Und man hörte, was die einen erzählten. Übrigens, die Schüler waren viel offener als heutzutage. Die erzählten mir von ihren, von den Kollegen, ich weiß von zu Hause von einigen Schülern, alles mögliche. Die haben mir, die Kleinen vor allen Dingen, bis zur vierten Klasse, erzählten mir alles von zu Hause. Ich weiß, was die ausgefressen, was sie die Butter gemacht haben, verbotenerweise, selbst Butter geschnappt haben. Nee, wir machen das anders. Und Käse macht meine Mutter auch. Die haben mir also alles mögliche erzählt von zu Hause. Die Eltern waren ganz entsetzt, wenn ich denn so viel von denen zu Hause wusste. Übrigens, zu zu, damals war es ja auch so, dass kaum jemand zum Gymnasium ging. Es waren normalerweise zehn Prozent der Schüler, ach so, da muss ich noch erwähnen, wir hatten ja die sechstjährige Grundschule damals. Die wurde dann erst später aufgehoben, wurde die vierjährige. Sechstjährige, wir hatten also fünfte, sechste Klasse, waren noch bei uns die Schüler. Und nach der sechsten Klasse gingen sie zum Gymnasium. Und das waren, wie gesagt, aus meiner Klasse in der Regel so drei, vier, fünf Schüler maximal zum Gymnasium. Die wurden geprüft, das Gymnasium machte eine Prüfung und dann wurden sie aufgenommen. Und nicht wie heute, 80 Prozent geht zum Gymnasium. Das ist ja alles so gebildet. Entschuldigung, ich darf über Politik nichts sagen. Es ist ja auch wahrscheinlich so gewesen, dass es gar nicht so viele... Ich würde also heute nicht mehr für dreifaches Gehalt an die Schule gehen, nebenbei gesagt. Ja, ich verstehe. Denn so schön, wie es damals war, auch meine ganze Schulzeit, so schön ist es heute nicht mehr. Nun, zurück zur Schule. Und ich habe also mein zweites Strafsexamen 1953 gemacht und wurde dann, wie es üblich war, einfach versetzt nach Pinneberg, an die Mittelschule in Pinneberg. Und auf die Frage im Schulamt, dann bin ich zum Schulrat, oder zwei Kollegen waren das, wurden wir versetzt, gingen wir zum Schulrat und sagten, muss das sein? Wir würden ja gerne in der Elmshorn bleiben. Ja, sie haben ja die Versetzung bekommen und die gilt und damit basta. Keine Versetzung. Also, dann an die Mittelschule nach Pinneberg. Ja, wie kommen wir da hin? Ja, das ist ja Ihre Angelegenheit, wie Sie da hingekommen. Das war also, da war das ganz andere Sinn. Ja. Und die Schule war, hat das sehr bedauert. Die brauchten ja Ersatz. Und dann sind nachher auch langsam die alten Pauker abgelöst worden. Und da ist es an der Mädchenschule anders geworden. Und dann war ja Schluss auch hier an der Mädchenschule. Da wurde die Mädchenschule abgerissen. Jungen Mädchen kamen zusammen, Koppeldamtschule, Hafenschule und das Rathaus wurde da gebaut. Und da war das alles vorbei. Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie ja noch ein anderes großes Hobby hatten, nämlich die Fotografie. Vielleicht können Sie da noch ein paar Sätze dazu sagen, was Sie da hier in Emshorn sozusagen angeschoben haben, hinsichtlich Fotografie, hinsichtlich einer Arbeitsgruppe. Ja, ich habe, ich bin im Krieg bereits, ich war ja noch zwei Jahre Soldat, im Krieg bereits mit einer einfachen Kamera angefangen, ein bisschen zu fotografieren. Ich muss sagen, ein bisschen. Denn Filme zu kaufen war damals A, ganz schwer, B, war nicht so teuer. Man musste sich jedes Foto überlegen, das man damit machen wollte, weil das einfach zu teuer war. Und davon Bilder machen zu lassen, war alles viel zu teuer. Und da bin ich hier in Emshorn bei dem Nachfolger von Koppmann, der Fotofischl, ist das noch ein Begriff? Ja, ist ein Begriff. Ja, Timme hieß er ja. Da bin ich dann Kunde geworden natürlich, weil er schon nebenan war. Und wir haben uns angefreundet und die ersten Kurse haben wir beide zusammen gemacht an der Volkshochschule. Er mit als Fachmann und ich als Pädagoge dann eben diese Kurse gemacht. Da bin ich dann ganz aktiv gleich mit Hilfe von Timme angefangen zu fotografieren und habe dann 1951 hier den Fotoverein gegründet und bin dann im Verband. Wir sind dem Verband beigetreten und wir sind dann aktiver Fotoverbandsmitglied geworden. Ja, wunderbar. Also das war und mein zweites Hobby, ich hatte zwei Jahre, mein zweites Hobby, weil ich Ingenieur werden wollte, mal ganz früher. Ich bin bei der Technik treu geblieben und habe also Elektronik und das mache ich bis heute. Elektronik im weitesten Sinne. Ich bin also heute noch auch computermäßig auf dem neuesten Stand, versuche jedenfalls auf dem neuesten Stand zu bleiben und das habe ich also beibehalten. Und als ich mir dann schließlich ein Auto leisten konnte 1961, habe ich auch gleich gesagt, wenn schon, dann auch gleich die Technik, alles was mit dem Auto zu machen ist, das musst du selber machen. Und da habe ich dann auch Autotechnik mir angeeignet und habe hier in Elmshorn auch einen Kursus für Autofahrer gemacht, Autos selbst reparieren, damit die Radwechsel machen können, Zündungen ein bisschen und so weiter, einfache, kann man heute nicht mehr. Damals aber konnten die noch, jede Menge, ich habe also fünf oder sechs Jahre lang einen Autokursus hier in Elmshorn gehabt. Und in Pinneberg habe ich auch 30 Jahre lang Elektronik gelehrt. Herr Nansen, ich denke, Sie haben uns wirklich mal einen Einblick gegeben, wie es war in der Nachkriegszeit, was Sie alles hier angestellt haben und auch angeschoben haben sozusagen. Ja, ich möchte mich dafür herzlich bedanken und wir wünschen Ihnen alles Gute, auch für die nächsten Jahre noch und dass Sie auf jeden Fall noch... Ganz herzlichen Dank, es war mir einfach genügend. 1, 4. Bis zum nächsten Mal.